Sie haben Ihre Sonnensegelanlage oder ein anderes Gartenprojekt mit einer Bodenhülse installiert. Nach einem Regenschauer fließt das Wasser in der Hülse jedoch nicht ab. In diesem Video wollen wir Ihnen zeigen, woran dies liegen könnte und was Sie tun können, damit dies nicht geschieht. Ausführliche Anleitungs- und Montagevideos stellen wir für unsere Shop-Kunden in unserem Premium-Bereich zur Verfügung. Für regelmäßige Tipps und Tricks abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Dass sich Wasser in Ihrer Bodenhülse sammelt, kann mehrere Ursachen haben. Eine schlechte Drainage ohne Kies-Schicht, ein extrem fester Boden oder ein hoher Grundwasserspiegel, zum Beispiel weil es sehr viel geregnet hat. Wir wollen Ihnen einige Tipps geben, um den Wasserablauf zu verbessern oder damit Sie erst gar keine Probleme nach der Installation haben. Drainageschicht Stellen Sie vor der Installation der Bodenhülse sicher, dass Sie im unteren Bereich des Fundaments eine Kies-Schicht haben, damit überhaupt die Entwässerung möglich ist. Ein ausführliches Video zum Aufbau der Kies-Schicht haben wir Ihnen in der Info-Card verlinkt. Fester Boden Bei sehr festem Boden wie Mergelboden unter der Kies-Schicht kann es schwierig sein, Wasser abfließen zu lassen. In diesem Fall muss vorab eine tiefere Drainage samt Kies-Schicht oder das Anlegen einer kleinen Drainagengrube um die Hülse herum eingeplant werden. Was Mergelboden ist, haben wir hier erklärt. Frostgefahr In 75 cm Tiefe sollte es in der Regel in den meisten Gebieten Deutschlands nicht frieren, aber es ist besser, die Hülse trocken zu halten, um mögliche Frostschäden zu vermeiden. Informieren Sie sich vorab über die Frostgrenze Ihrer Region. Unsere Tipps Wenn das Wasser bereits in der Bodenhülse steht, füllen Sie groben Kies in die Hülse, damit das Regenwasser mehr Platz zum Ablaufen hat. Wichtig, Masten und Stangen müssen für einen stabilen Halt allerdings ca. 40 cm in der Bodenhülse stecken. Mehr dazu ebenfalls hier in unserem verlinkten Video. Eine weitere Idee, Drainagenlöcher. Versuchen Sie, weitere Drainagenlöcher am Boden der Hülse zu bohren, um das Wasser besser abfließen zu lassen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch einen Daumen nach oben. Und falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie die hier bei YouTube direkt unter das Video oder an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören.